In diesem Video Hilf mir! Ich wollte jetzt in der Mitte aufpassen, Leute, Leute, Leute! Ey! Eifel stellen Sie nicht heute, Mörder! TK, was machst du? Hilf, Mensch, hilf! Hilf! Was denn? Mit was denn auf? Ja, Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute mit einem neuen Video. Und wir werden heute zum ersten Mal auf Mörder spielen. Zusammen mit Stoiko, Polt und Alfred Stein Jr. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Zeigt das Game mit einem Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Aber jetzt, let's go! Also, alle nach oben gucken. Wir looten in 3, 2, 1 und go! Okay, müsst du weg sein, oder? Ja, ja, ja! Ah, es war alle in die Box. Ja. Eifel stellen nachts schon wieder, ey. Ja, Mann! Eine Rente ist schon sehr auffällig weg. Wie im Eisfeld, was meinst du? Ja, woher bist du? Ich bin jetzt! Du bist der Arzt. Ah, okay. Ich hab Eifel stellen im Auge, Digga. Ja! Stoiko! Ja! Suchst du grad die Höhle? Ja, Mann! Zeig mal die Höhle! Okay, komm mal mit! Ian, ich zeig sie! Wo ist die? Wer ist denn ihr, Digga? Hier, hier! Ich bin der! Achso! Hey, hier ist die, oder? Ja, hier! Okay, und soll ich jetzt den Schlüssel droppen, oder was? Ja, ja! Sicher! Geht alle weg! Wir gehen das alle abweg! Keine Höhle! Alter, ich hab ich schlecht. Wer ist denn jetzt zu top? Hihihi! Heihihi! Wenn du, ich weiss! Wir haben die Höhle. Pfult, geh weg von mir! Er ist der Mörder! Leutel! Hilfe! Hilf mir! der mitte aufpassen leute 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 was machst du er geht da für alle kinder wahrscheinlich ist rückhalt ich muss in den schlüssel droppen komm du hast die ehre du kannst auch mal Countdown machen ok let's go alle homisch an jungs 3 2 1 let's go was macht er denn was suchen wir hier gerade noch den ersten herrn oder wollen wir hier hallo auf wen wartet das zeug ich zeig mal noch mal die höhle ich liebe schon geil junior der echte er hat sie gedroppt ich hab stein gedroppt guckt nach das stein okay ich will sich das verbaut ok hey lasst mich mal raus ich gehe mal weg von euch hier einer von euch ist der mörder können wir mit ihr einmal zusammen von euch spielen einmal ja okay nur du und ich ey Polt ist der mörder oh mein Gott oh mein Gott das wenn man immer tot ist darf man nix mehr reden oder ja und guck mal Polt ist nicht tot der tut jetzt so ein auf tot ey der faker ja aber Polt keine Ahnung zu tun der faked der faked bei mir ist jemand bei mir ist jemand ich bin ich du bist das okay ja ja guck mal hier ich kann nix droppen wie kann ich jetzt beweisen dass ich nicht der mörder bin ja ja ich bin ich der mörder ähm ich auch ich lebe ich lebe ach so warte mal kurz du bist ein faked du bist ein faked du bist ein faked hier ja du bist ein faked du bist ein faked ey Alpha wie geht es dir komm mal her kurz kann ich wer ist Alpha bist du das hey nein das ist mir nicht ich bin nicht ich bin die äh musst du lass mal zusammen treffen komm mal her alpha wo bist du hey ha 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 yo bist du jetzt Alpha schnitt ich hab warum haust du auf digga helfe ich helfe 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 Ah, guck, er ist der Börder, er ist der Börder. Das ist schlecht, Digga. Ja, ich wollte dir in das Spiel. Komm zu mir. Stolko? Nein! Ist jeder in seinen Xbox? Ich habe die Xbox. Ich habe die Xbox mit dir. Was war die Xbox? Alter, Polt redet nicht, das ist so aufwendig. Ich habe Legs. Weil dein Inventar so voll ist, gell? Ja, Mann. Komm, töte mich, wenn du willst. Wo bist du? Ach, da. Mach euch. Ah, ich muss doch die Schlüsselfeuer droppen. Dann mach. Ah, nee, hab den nicht. Oder willst du den droppen? Geht leider nicht. Geht nicht, warum? Hier. Warte ich mal auf. Warte mal, wo ist Dingens? Ich bin hier, Jungs, bei euch. Ach so, bei uns. Und das ist Polt, der hier tanzt, oder wie? Ja, glaub. Ich bin ja hier. Ja, was machst du? Ja, was machst du? Lorca hat den Schlüssel gedroppt, ich such jetzt. Ich helfe dir. Ich helfe dir doch nicht. Ich tot bin, das ist Alpha. Ja, 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 100% Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Also bis jetzt habe ich noch keinen Schlüssel gefunden. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. Wirklich jetzt? Ja. Wo war der? Geht halt. Zeig mal. Dann ist es, dann ist es Luke, weil ich weiß, ich bin es nicht und Stoico würde ihn in der Höhle droppen. Ja, ich weiß auch. Geht halt. 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 ok 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 jeder sagt es ist luck du ja mann oder ist tot als ob der tot ist oder es ist so komisch ich hab ja alles abgesucht alle sagen alpha ja 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 immer ich immer auf die jene rennen ja ich auch hört mir mal kurz oh mein gott Eiferschein war es, ich habe ihn gewöhnt. Hier Leute, wir mit Sauhank Creator Code einfach hier in den Item Shop gehen, dann auf Viereck. Hier könnt ihr dann meinen Code LUTU YC eintragen, auf Annehmen klicken und das war es auch schon. Das war es auch schon.